Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserem, naja, fast letzten Video. Oder ist es vielleicht schon das letzte? Mal gucken. Vielleicht habt ihr ja auch noch Vorschläge für mich, was ich hier ergänzen kann. Ich wäre euch da wirklich sehr, sehr dankbar. Generell bin ich immer um neue Vorschläge dankbar. Aber ja, das nur mal am Rande. Heute geht es um Monitoring. Monitoring ist eine wirklich, ich kann es gar nicht genug betonen, sehr, sehr, sehr wichtig. Ähnlich wichtig wie die Tests, okay? Denn ohne Monitoring findet man einfach nicht raus, ob irgendwas läuft oder nicht läuft. Und das ist ein Riesenproblem. Und ja, was man hier alles durchgucken muss, und da fängt man am besten unten an. Unten sind quasi die fundamentalen Dinge. Nach oben hin wird es dann immer feingranularer und ja, nicht optionaler, aber besser, okay? Also das heißt, wenn man oben angekommen ist, dann hat man wirklich die Spitze des Eisbergs erreicht. Und dann hat man sozusagen die wichtigsten Sachen fertig. Aber zuerst einmal braucht man das untere. Also zunächst mal Service Performance und Uptime. Service Performance, Uptime ist quasi fundamental, weil wir einfach nur wissen wollen, ob unser System läuft. Komponentenmetriken beziehen sich auf die einzelnen Komponenten. Das heißt, sind die auch wirklich funktionabel? Wie gut funktionieren die? Das waren die Metriken, die ich vorhin auch schon genannt habe. Systemmetriken beziehen sich auf das gesamte System. Das heißt, Komponentenmetriken, da kann man die einzelnen Microservices, die Frontends und Backends und was auch immer man hat, kann man untersuchen. Während bei den Systemmetriken, da zieht man dann wirklich komplett das ganze System in eins und überprüft, wie das ganze Ding auch wirklich läuft. Und in der App, da guckt man dann auch wirklich nach Nutzerverhalten. Das heißt, Systemmetriken beziehen sich eigentlich eher auf das gesamte System. Wie gut läuft das? Wie viele Nutzer haben wir? Und bei Appmetriken, da versucht man dann wirklich Nutzerverhalten zu analysieren und zu optimieren. Also, sein System zu optimieren auf dem Nutzerverhalten. So, Security Monitoring ist auch so ein Ding. Das ist natürlich enorm wichtig, gerade weil Security Monitoring sehr, sehr viel von der IT-Security abnimmt. Das heißt, man kann hier wirklich hergehen und sagen, okay, wir überprüfen, gibt es Updates von irgendwelchen kritischen Software-Modulen? Gibt es vielleicht noch Schwachstellen, die in unserem System drin sind? Kann ich vielleicht automatisch Pen testen? Kann ich vielleicht aber auch überprüfen, ob jemand versucht hat zu Pen testen? Habe ich vielleicht ein Intrusion Detection System und so weiter und so fort? Und ja, dann haben wir natürlich noch die Logs. Da kann man dann aus der App tatsächlich selbst entscheiden, was man da reinschreiben möchte. Und ja, natürlich, da sind quasi eurer Freiheit keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr reinschreiben, was auch immer ihr braucht und was auch immer ihr da für nötig haltet. So, zunächst einmal zu den Logs. Logs sollten enthalten die fünf Ws, wobei das nur auf Englisch funktioniert. Was, wann, wo, wer und nochmal wo. Wobei das letzte wo heißt eher wo kommt es her. Das heißt, das sind die fünf Ws. Es funktioniert einigermaßen auch auf Deutsch, aber es funktioniert nicht so richtig, weil das letzte ist eigentlich nochmal ein wo kommt es her. Ähm, das heißt eigentlich eher ein woher, das ist eigentlich auch ein W. Und, ähm, ja, am besten nicht reinschreiben die Logs, was man nicht braucht, denn sonst wären die Dinge wirklich sehr, sehr riesig. Also ich habe schon mit Logs gearbeitet, die waren 40 GB an einem Tag, war wenig, sagen wir so. Und, ähm, ja, wenn man das natürlich dann untersuchen möchte, wenn man dann mehrere Tage hat, das geht noch. Also 40 GB an einem Tag, das ist noch machbar. Aber wenn man die Dinger dann wirklich ein Jahr lang speichert, dann kommt da echt einiges zusammen. Und die Dinger zu analysieren, das müsst ihr ja quasi mit den Logs tun, sonst sind eure Logs ja sinnfrei. Das heißt, die Dinger zu analysieren, das ist erstmal das, was dann wirklich die Arbeit macht. Denn, naja, 365 mal 40 GB, das sind schon einiges. Und das dann alles zu verarbeiten in einem Skript, das dauert, ja. Deswegen eben nicht zu viel, sondern wirklich nur das, was man auch wirklich benutzen kann. Okay, zunächst ein paar Tools. Ähm, ich habe die hier mal für mich notiert. Ich werde die euch jetzt einfach nennen. Ähm, das sind wahrscheinlich so die berühmtesten, ähm, wobei ich mir echt Mühe gegeben habe, viel rauszusuchen. Ähm, und ich kenne natürlich nicht alle. Keine Sorge, also auf gar keinen Fall kann man da alle kennen. Aber einfach mal, damit ihr danach googeln könnt. Ich kann die auch gerne hier in die, ähm, Beschreibung reinpacken. Ähm, Zabbix, Pingdom, Datadog, Netuitive, Ruxit, Librato, New Relic, AppDynamics. Das sind so die, ähm, also zumindest welche, von denen ich schon mal gehört habe. Sagen wir es so. Ähm, dann gibt es noch die Open Source Tools, Graphite, Grafana, StatSD, Ganglier, InfluxDB, äh, OpenTSDB, und Matrix.dropwizard.io. Das ist quasi eine Webseite tatsächlich. Und dann gibt es noch ein paar, ähm, die habe ich mir mal auch rausgeschrieben. Ich weiß allerdings nicht, wie man sie genau ausspricht. Das heißt, bitte flamt mich da nicht. Isinga, Sensu, Sysdick, Prometheus, Paper Duty, Lockstash, Victrops und Flapjack. Ähm, okay, viele wusste ich doch, wie man sie ausspricht. Aber ja, das sind so die wichtigsten Tools, die ich hier, ähm, zumindest kenne. Oder von denen ich schon mal gehört habe. Oder die jemand mir empfohlen hat. Ähm, quasi so eine Sammlung, was man alles mal ausprobieren kann. Wirklich benutzt habe ich davon erst vier oder fünf. Ähm, das heißt, ja, lang nicht so viel, wie man eigentlich erwarten würde. Oder, naja, wie man gerne benutzen würde. Aber wenn man das gefunden hat, was man braucht, dann ist das eigentlich auch ganz angenehm. Okay, ja, ähm, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.